Entliehne Bücher kannst du für dich vormerken. Dadurch kann die Person, die das Buch aktuell ausgeliehen hat, den Leihriss nicht mehr verlängern. Sobald es wieder zurückgegeben wurde, wird das Buch für dich zur Ausleihe bereitgelegt. Das gilt nicht nur für Bücher aus der Zentralbibliothek, sondern auch für Bücher der Teilbibliotheken, Anglistik, Germanistik, Romanistik, Kulturgeschichts- und Geowissenschaften, Wirtschaft, Bittelsbacher Platz, Psychologie, Theologie und für Bücher aus der Lehrbuchsammlung der Teilbibliothek Recht. Im Katalog kannst du nachsehen, ob das Buch gerade entliehen ist. Bei Büchern aus der Zentralbibliothek findest du direkt das Ende der Leihfrist. Bei Teilbibliotheksexemplaren steht hingegen erst einmal nur Entliehen andere Zweigstelle. Wenn alle Exemplare in der Zentralbibliothek entliehen sind, prüfe vor den Vormerken, ob noch ein ausleihbares Exemplar in einer Teilbibliothek vorhanden ist. Diese erkennst du am Status frei andere Zweigstelle. In diesem Fall ist aber auch das Teilbibliotheksexemplar entliehen. Um ein Buch aus der Zentralbibliothek vorzumerken, wechselst du zu Das möchte ich haben. Dort klickst du auf Vormerken. Melde dich in deinem Bibliothekskonto an und bestätige die Aktion. Fertig. Ein Buch aus einer Teilbibliothek merkst du so vor. Merke dir, in welcher Teilbibliothek das Buch steht. In diesem Fall steht das Buch in der Teilbibliothek Wittelsbacher Platz. Über den Link Wegweiserstandort kannst du übrigens die Öffnungszeiten der Teilbibliothek nachlesen. Anschließend änderst du deine Suchanfrage. Bei Zweigstelle für Vormerkungen und Bestellungen wählst du die Teilbibliothek, in der das Buch steht. Dann schickst du deine Suche nochmal ab. Jetzt kannst du sehen, bis wann das Buch entliehen ist und ob es bereits von jemand anderem vorgemerkt wurde. Bei Das möchte ich haben, kannst du das Buch schließlich vormerken. Sobald das Buch abgegeben wurde und für dich bereit liegt, schicken wir dir eine E-Mail. In der E-Mail steht auch, wo du das Buch abholen kannst. In der Zentralbibliothek liegen die Bücher im großen Lesesaal im ersten Obergeschoss bereit. Dort holst du das Buch aus dem Regal und verbuchst es anschließend an unseren Ausleihautomaten. In den Teilbibliotheken bekommst du das Buch von den Kolleginnen und Kollegen an der Ausleihtheke. Zum Abholen der Bücher hast du eine Woche Zeit. Doch Vorsicht, nicht alle Teilbibliotheken haben am Wochenende geöffnet. Informiere dich also vorher auf der jeweiligen Internetseite. Wenn du das Buch nicht mehr brauchst, kannst du die Vormerkungen in deinem Bibliothekkonto stornieren.